Hallo, vor einigen Wochen machte ich einen Videoclip mit dem Namen Wichtiges Wissen für einen Wall Street Demonstranten. Und die Leute fanden diesen Clip so informativ, dass ich überschwemmt worden bin, mit Anfragen doch ein wenig mehr darüber zu machen. Dies ist also sozusagen der zweite Teil dieser Angelegenheit. Worauf ich mich nun hier konzentrieren werde, darüber habe ich während der letzten 21 Jahre geforscht und recherchiert. Es handelt sich darum, wie es nur einigen wenigen Menschen gelingt, die Richtung der Weltentwicklung zu manipulieren und auch darüber, wie sie es anstellen. Nun, wenn ich so etwas sage, dann stellen die Leute gewöhnlich eine ganz offensichtliche Frage. Ja, wie sollen sie das denn tun? Wir haben doch sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Wie kann nur eine Handvoll Menschen, ein kleines Netzwerk von Familien, so große Teile der Welt kontrollieren, wie zum Beispiel das Bankensystem, internationale Firmen, Regierungen, auch mit Blick darauf, dass doch eigentlich jede größere Partei die Chance hat, eine Regierung zu bilden und so weiter. Dann die Kontrolle des Pharmaindustrie-Kartells, des Öl-Kartells, des Biotechnologie-Kartells und so weiter. Nun, dabei handelt es sich um eine Verschwörung. Und Verschwörung ist natürlich ein böses Wort geworden. Er ist ein Verschwörungstheoretiker, als ob diese Verschwörungen nicht existieren würden. Es ist doch unglaublich. Massenvernichtungswaffen im Irak. War das keine Verschwörung? Also bitte. Das, was man beachten muss, ist, dass dieses nicht erst seit ein paar Jahren oder seit ein paar Jahrzehnten vor sich geht, sondern seit ein paar Jahrhunderten. Das kann durch Material eben auch belegt werden. Und daher liegt der Fall vor, dass man von dieser Seite eben genügend Zeit gehabt hat, eine weltumspannende Struktur zu schaffen, die diesen wenigen erlaubt, die vielen zu kontrollieren. Und zwar auf eine sehr einfache Art und Weise, wenn dieses Netzwerk einmal installiert ist. Was man also gemacht hat, ist, dass man eine geheime Gesellschaft gegründet hat. Die Version einer internationalen Firma, die aber auf Verwandtschaftsverhältnissen und Blutlinien beruht. Man betrachte als Beispiel des Funktionierens McDonalds. Die haben eine Zentrale in Amerika und in jedem Land der Welt haben sie ihre Filialen. Und diese Filialen nehmen von der Zentrale die Befehle darüber entgegen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Dies ist der Grund, warum, wenn sie in einen McDonalds gehen, sofern sie eine Notwendigkeit dafür empfinden, in Moskau, London, Sydney, Johannesburg oder egal wo, dann geht man im Grunde in dieselbe McDonalds-Filiale. Und diese globale Struktur im Zentrum erlaubt, also im Denkzentrum dieses Spinnennetzes, wenn Sie so wollen, die erlaubt, diesem Zentrum Befehle an jedes Land auszurichten. Und das, was wir hier nun haben und betrachten wollen als globale Regierungs- und Befehlsstruktur, funktioniert in genau derselben Art und Weise. Wir haben das Zentrum dieses Netzes in Europa, an Plätzen wie der City of London, Deutschland, Frankreich, Belgien, zu einem gewissen Grade in Amerika. Aber in Amerika überhaupt nicht, in dem Maße, in dem man das annehmen würde, mit Blick auf die doch ganz offensichtliche Dominanz Amerikas bis jetzt über die übrige Welt. Und dieses Zentrum, oder wenn man so will, diese Spinne in Europa, lädt auf so viele verschiedene Weisen die Kanone und bekommt Amerika dazu, diese Kanone abzufeuern. Die Leute sehen dann alle auf Amerika. Ah, das große, schlimme Amerika und so weiter. Nun, ich will damit nicht sagen, dass das Establishment und die Regierung in Amerika nicht von Übel ist. Ganz klar ist es das. Aber die wirkliche Macht ist in Europa lokalisiert. Nicht in den europäischen Regierungen, sondern in dem Zentrum dieses Netzwerkes von auf Blutlinien und Verwandtschaftsverhältnissen beruhenden Geheimgesellschaften. So, da ist also das Zentrum, da ist diese Zentrale, da ist die Spinne, wenn man so will, mit Blick auf das Funktionieren der ganzen Sache. Und in jedem anderen Land, ob es nun in Südafrika ist, Johannesburg oder Kanada, da gibt es eben das Filialennetzwerk, das dieser Spinne in der Zentrale untergeordnet ist. Und diese Netzwerke wiederum in diesen verschiedenen Ländern sind wiederum Familiennetzwerke unter verschiedenen Namen, basierend auf Verwandtschaftsverhältnissen, mit ihren verschiedenen Agenten und Handlangern. Und auf diese Weise besteht also dieses Netzwerk dieser geheimen Gesellschaften, inklusive ihrer diversen Agenten und Laufburschen, um ihre Leute in die entsprechenden bedeutsamen Machtpositionen zu bringen. Und auf diese Weise kontrollieren sie die Regierungen der Länder, das politische System, die Banken, die Industrie, die Medien und alles, was dazugehört. Auf der Grundlage, dass sie überall die Besitzer von diesen Institutionen sind. Und so führt eben die nationale Filiale im Netz eines Landes die Befehle der Spinne aus, die im Zentrum sitzt. Eben genauso wie bei McDonald's. In den letzten 25 Jahren war ich ungefähr in 50 Ländern und habe über diese Dinge geforscht und mich mit Menschen darüber unterhalten. Und ich sehe überall dieselben Dinge, die eingeführt werden, mit denselben Ausreden und Entschuldigungen, Land nach Land nach Land, zur selben Zeit oder um dieselbe Zeit herum. Was wir besprochen haben, ist eben die Struktur, die genau dieses ermöglicht. Dann gibt es ein nationales Niveau, das ebenfalls ein Filialnetz aufweist. Dieses befindet sich in den Städten, in den Regionen, in den Gemeinden. Und daher kann man vom Zentrum aus in die nächsten Ebenen seine Befehle hinunterschicken bis ganz nach unten in die Städte und Gemeinden des ganzen Landes. Die Spinne im Zentrum kann also in den verschiedenen Ländern herunter manipulieren bis in die ganz unteren Bereiche der Städte und Gemeinden. Das Ziel dieses globalen Netzwerkes besteht darin, die Gesellschaften in allen diesen Ländern zu verändern, in jedem Land eine globale faschistisch-kommunistische Diktatur zu errichten, basierend auf einer Weltregierung, die jedes Land regiert, einer Weltzentralbank, die sämtliche finanziellen Angelegenheiten dieser Welt in jedem Land beherrscht, basierend auf einer einzigen Weltwährung, die rein elektronisch abgewickelt wird, nicht mehr in Bargeld, basierend auf einer Weltarmee, die den Willen dieser Weltregierung durchsetzt und einer mit Mikrochips versehenen Weltbevölkerung. Als ich Letzteres vor ungefähr 15 Jahren zum ersten Mal berichtet habe, haben sich die Leute vor Lachen gekringelt. Nun, im Moment lachen sie nicht mehr so laut, denn alle diese Dinge sind dabei, vollzogen zu werden. Wenn wir nun diese Struktur anhand der Vereinigten Staaten von Amerika betrachten, dann ist es bis zu diesem Zeitpunkt so, dass man den Menschen eingeredet hat, dass es zwei politische Parteien in Amerika gibt, die jede für sich alle Möglichkeiten der Welt haben, eine Regierung zu bilden. Das sind auf der einen Seite die Republikaner und auf der anderen Seite die Demokraten. Im Grunde genommen handelt es sich, wie auch in jedem anderen Land, nicht um verschiedene politische Parteien, sondern es handelt sich um Masken desselben Gesichtes. Und jedes Mal, wenn die eine oder die andere Partei an die Macht kommt, dann führt sie den Willen dieser Spinne aus, die im Zentrum sitzt. Und sie führt einzig und allein die Befehle aus, die dieses Zentrum diktiert. Wenn man also zum Beispiel zu George Bush Jr. schaut oder zu Barack Obama, auf den ersten Blick, wenn man auf deren Wahlkämpfe schaut und darauf, wofür sie stehen sollten, hätte man doch kaum auf Menschen kommen können, die unterschiedlicher waren, mit Blick auf ihre politische Haltung oder mit Blick auf Wirtschaftsfragen und so weiter. Aber eigentlich hat uns Obama dann in seiner ganzen Verlogenheit in einer gewissen Weise einen Gefallen getan. Denn er war so extrem in seinen ganzen Behauptungen unterschiedlich zu sein und dass er einen Wechsel bringen wollte. Und die Tatsache, dass es dann doch nur den gehabten politischen Alltag gab, hat mehr als jemals zuvor einer großen Anzahl Menschen klargemacht, was dort eigentlich abgeht. Denn de facto bedeutete Obama keinen Unterschied zu Bush. Und die Frage ist, warum? Wie hat man das angestellt? Ganz einfach. Man muss sich George Bush Jr. anschauen, während der Periode der Anschläge vom 11. September, der Irakinvasion, der Afghanistan-Invasion und so weiter. George Bush ist nachweislich geleitet worden, aus dem Hintergrund von einer Gruppe von Leuten, Das alles ist ausführlich sogar in den Mainstream-Medien berichtet worden. Er ist geführt und kontrolliert worden von einer Gruppe, die bekannt wurde als die Neocons. Das heißt, die Neokonservativen. Also Leute wie Richard Perl, William Crystal, Paul Wolfowitz und diese ganze Bagage. Und daher bekam George Bush seine Politik serviert und betrieben von diesem Netzwerk. Auf der anderen Seite stehen die Demokraten, also Obama. Hinter diesen steht eine Gruppe, die ich im Gegensatz zu den Neocons die Demokons nenne. Bei den Demokons handelt es sich um Leute wie Rahm Emanuel, der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses in den früheren Zeiten von Obama. Das sind Leute wie George Soros, ein milliardenschwerer Vertreter der Rothschilds. Soros ist einer der großen Manipulatoren mit den sogenannten Farbenrevolutionen und einem Netzwerk von Stiftungen und Organisationen, die er besitzt, wie dem Open Societies Institute und der International Crisis Group. Dann gibt es noch einen weiteren Gesellen bei den Demokons, und das ist Zbigniew Brzezinski, der Jimmy Carters Sicherheitsberater war. Bei ihm handelt es sich um einen schwergewichtigen Insider. Man muss nur seine Bücher seit den 1990er Jahren lesen bis heute. Da hat man die Welt vor Augen, wie sie heute ist, denn er wusste, was kommen würde. Dies ist jedoch nun der Punkt in den Strukturen, in dem Funktionieren des Einparteienstaates. Und der besteht darin, dass die Neokons, die die Republikaner kontrollieren, und die Demokons, die die Demokraten kontrollieren, auf einer höheren Ebene demselben Herrn dienen, demselben Netzwerk, denselben über Blutsbande verbundenen Familien und Netzwerken aus Geheimgesellschaften. Also, ob man nun ein Republikaner an der Macht ist oder ein Demokrat, ob nun Bush oder Obama, dieses eine Netzwerk ist immer an der Macht. Man könnte nun sagen, ich beschreibe ja nur amerikanische Verhältnisse. Aber es geschieht in jedem anderen Land, ob es nun Großbritannien oder woanders ist. Dies bedeutet, wer auch immer an der Macht ist, wird von dieser Macht, von dieser Gesellschaft, von diesem Netzwerk kontrolliert. Und daher führen alle Regierungsparteien gleich welche Ausrichtung auch immer nur die Tagesordnung dieses geheimen Netzwerkes aus, das unaufhörlich nach einer Zentralisierung der Macht in jeder auch nur erdenklichen Region unseres Lebens strebt. Und das aus dem einfachen Grunde, weil diese wenigen umso mehr die Macht haben, je mehr diese Macht zentralisiert wird. Und wenn man diese Macht eben konzentriert, zentralisiert auf einem globalen Niveau, dann bekommt dieses Netzwerk eben die Macht über jeden Menschen dieses Planeten. Dieses System ist auch der Grund, warum sie eine Weltregierung haben wollen. Eine Weltzentralbank, eine Weltwährung und eine Weltarmee. Und wie das Ganze funktioniert, das geht so. Man hat einen Wahlkampf. Das ist ein großes Ding. Wir haben ja diese Occupy-Gruppen auf der ganzen Welt. Eine fantastische Sache. Aber man muss eben auch verstehen, was eigentlich am wirksamsten ist. Eine der Punkte, die ich vorschlage, auf die Tagesordnung dieser Occupy-Gruppen zu setzen, ist die Beendigung jeglicher Regierung ohne einen Vertrag. Das Ende jeglicher Politik ohne einen Vertrag. Was meine ich damit? Was im Moment passiert, das ist, dass in einer Wahlkampagne irgendeiner daherkommt und den Leuten erzählt, was sie hören wollen, damit sie gewählt werden. So wie bei Obama. Ich werde Guantanamo schließen. Ich werde dieses und jenes tun. Aber nichts von dem tritt ein. Denn keiner von diesen Leuten hat auch nur den blassen Dunst eines Willens, diese Dinge anzugehen. Aber sie müssen einem eben erzählen, was man hören will, damit sie gewählt werden. In Kürze fliege ich ja nach Australien. Und die Premierministerin von Australien, Gillard, sagte, bevor sie ins Amt kam, dass sie definitiv keine Kohlendioxidsteuern erheben würde. Und was passiert jetzt? Sie führt eine Kohlendioxidsteuer ein. Wie kann sie dies tun? Sie sagte doch, sie würde dies nicht tun. Wie kann Obama nicht Guantanamo schließen, wo er doch sagte, er würde dies tun? Weil es eben keinen Vertrag gibt. Es muss also einen Vertrag geben, sodass nicht jemand kommen kann und sagen kann, es wird keine Kohlendioxidsteuern geben und dann gibt es hinterher doch eine. Das muss per Gesetz verboten werden. Und dieses Brechen von Wahlversprechen ist ja so ganz offensichtlich von Obama betrieben worden. Man verspricht den Leuten, was sie hören wollen, dann wird man gewählt, man kommt an die Macht und dann tut man exakt das Gegenteil von dem, was man versprochen hat. Und das betrifft doch nicht nur Obama. Obama ist doch nur ein extremes Beispiel für diese Sache. Das passiert doch in politischen Parteien über die ganze Welt hinweg und die ganze Zeit. Denn es gibt keinen Vertrag. Und so haben wir eben die Situation, dass es eine Wahl gibt. Die Leute geben jemandem ihre Stimme. Auf der Grundlage der verschiedenen gegebenen Versprechen gelangen die Politiker an die Macht. Und nichts ändert sich. Und bei der nächsten Wahl kommt der nächste Politiker daher, erzählt den Leuten, was sie hören wollen, wird gewählt, kommt an die Macht und tut wiederum das Entgegengesetzte von dem, was er versprochen hat. Und so geht es weiter von Wahl zu Wahl. Also, es muss eine Art von Vertrag geben, der vereinbart oder festlegt, was die Politiker versprechen und das, was sie dann schließlich tun werden, wenn sie an der Macht sind. Dies ist also die Art und Weise, wie das Ganze in fast jedem Land der Welt funktioniert. Dass man den Leuten eben die Illusion gibt, sie hätten in der Politik die Wahl. An irgendeinem Punkt hat man eine der Parteien an der Regierung. Sobald sie an der Macht ist, hat diese Partei die Macht, die Dinge dieser Zentralisierungsagenda einzuführen. Dieser Polizeistaatagenda und alle diese anderen Dinge, von denen ich berichtet habe. Zur selben Zeit, wo diese eine Partei an der Macht ist, ist die andere Partei in der Opposition. Und diese Oppositionspartei opponiert gegen die Vorhaben der Regierungspartei und kritisiert die Regierung, die an der Macht ist, für das, was diese tut. Dann haben wir diese Lächerlichkeit, die man Wahlen nennt. Danach geht manchmal die Regierungspartei in die Opposition und die Oppositionspartei geht in die Regierung. Und nun ist es so, dass die Partei, die nun an der Regierung ist, die vorher also als Oppositionspartei opponiert hat gegen die Maßnahmen der vorigen Regierungspartei und gegen deren Maßnahmen der Zentralisierung, dem Polizeistaat und so weiter, als diese Partei damals sowieso keine Macht hatte, in der Opposition irgendetwas zu tun. Nun, da sie an der Macht ist, fängt sie an, genau das einzuführen, wogegen sie vorher opponiert hat. Und die Partei, die vorher in der Regierung war und alle diese Dinge eingeführt hat, die jetzt in der Opposition ist, fängt an, gegen all diese Dinge, die sie vorher selber betrieben hat, Opposition zu machen und kritisiert es. Und das ist der Betrug, der sich wieder und wieder vollzieht, Jahrzehnt nach Jahrzehnt. Und der allgemeine Leitsatz dabei ist, egal welche Partei an der Macht ist, diese Partei setzt die Tagesordnung dieses zentralen Netzwerkes durch. Dann wird die Opposition dagegen mobil machen. Und das Volk hat das Gefühl, es hätte eine Wahl. Es hat keine Wahl. Denn all diese Parteien sind ja Masken desselben Gesichtes. Und weil dieses globale Netzwerk die Agenda eben durchgesetzt haben will, deshalb wird jede Partei, die an der Macht ist, diese Agenda durchsetzen. Parteipolitik ist im Allgemeinen ein kühl kalkulierter Betrug, um den wenigen zu ermöglichen, die vielen zu kontrollieren. Denn als die Menschen zu rebellieren begannen, gegen die exzessiven Diktaturen der königlichen Blutlinien und so weiter, und diese Linien existieren ja noch heute, deren Leute sind nun in der Politik, in den Banken und großen Unternehmen. Aber damals gab es diese Chance, als diese Rebellion gegen diese Diktatur stattfand. Man hatte sich überlegt, dass man eventuell eine Chance hätte, wenn das Volk die Möglichkeit hätte, individuelle Persönlichkeiten zu wählen. Menschen mit Charakter, auf der Grundlage deren Echtheit und Originalität, und auf der Grundlage dessen, was sie wirklich für das Volk tun wollten. Nun, dabei handelt es sich ja um den schlimmsten Albtraum dieser Leute, die diese geheimen Netzwerke betreiben. Und das, was sie nun taten, war, eine parteipolitische Struktur zu schaffen. Man muss doch nur einmal daran denken. Es gibt ungefähr sieben Milliarden Menschen auf der Erde, mit allen diesem Potenzial und dieser Einzigartigkeit in der Art und Weise, wie Länder geführt und geleitet werden. Und doch, egal wohin man kommt, hat man politische Parteien. Ist dies die einzige Weise, wie man eine politische Arbeit strukturieren kann? Nein, das ist es natürlich nicht. Aber es ist natürlich die einzige und die beste Art und Weise, um Politik zu kontrollieren. Ich sprach über dieses Spinnennetz. Aber man kann es genauso gut symbolisieren durch eine Pyramide. Eine Pyramide mit verschiedenen Ebenen und Abteilungen. Oben am kleinen Schlussstein der Pyramide gibt es nur einige wenige Menschen, die allen übrigen Befehle erteilen. Je weiter man nach unten kommt in dieser Pyramide, gibt es immer mehr und mehr Menschen, die aber immer weniger und weniger wissen über die eigentlichen Ziele, die verfolgt werden. Darüber, was diese Organisationen eigentlich darstellen, welche Ziele sie verfolgen. Die einzigen Menschen, die wissen, wie alle Teile zusammenpassen, sind die wenigen an der Spitze der Pyramide. Darunter sind eben eine große Anzahl von Menschen, die in völliger Unwissenheit gehalten werden über die eigentlichen Intentionen dieser Organisation, seien es die Mitglieder einer politischen Partei oder die Banker, die Universitäten, die Regierungen, was auch immer. Durch diese Zergliederung und Begrenzung des Wissens wird einem nur erlaubt, gerade so viel zu wissen, dass man seinen Dienst und seine Aufgabe in seiner kleinen Abteilung erfüllen kann. Das heißt, auf diese Weise liefern die Leute Beiträge zu diesen einzelnen finsteren Pyramiden, die die Menschheit versklaven wollen. Und sie haben überhaupt keine blasse Ahnung darüber, was sie da eigentlich tun. Jeder liefert in offensichtlicher Unschuld kleine Beiträge hier und da und dort zu dieser Pyramide, aber wenn man es dann zusammensetzt, dann ist es alles andere als unschuldig. Und das wissen nur die wenigen an der Spitze der Pyramide, die diese ganze Sache am Laufen halten. Und daher ist es so, dass auch die politischen Parteien eben Pyramiden sind, in pyramidaler, hierarchischer Struktur geordnet sind. Und die Idee bei politischen Parteien ist, dass diese nur von sehr wenigen Leuten geleitet und geführt werden. Nehmen wir an, sie möchten Mitglied des Parlamentes in Großbritannien werden. Um dahin zu kommen, muss man ausersehen werden von dieser Partei, diese Partei repräsentieren zu dürfen bei einer Wahl. Wenn man das als Unabhängiger versucht, dann kommt man nur in den allerseltensten Fällen damit durch. Wenn man nicht Teil einer politischen Partei ist, das heißt Teil dieser gesamten Struktur, den Geldern, die verteilt werden, des Zugangs, den man braucht, zur nötigen Publicity und Förderung, dann hat man im Grunde genommen keine Chance. Wenn man Politiker werden will, dann muss man ein bestimmtes Interview bestehen. Dazu muss man versichern, dass man der Parteipolitik folgen wird. Und diese Parteipolitik wird eben entschieden von den wenigen an der Spitze der Parteipyramide. Kommt man also durch dieses Stadium hindurch, dann bewirbt man sich um einen Platz im Parlament. Man erzählt den Leuten, was man glaubt, dass diese hören wollen, im Einklang mit den zentralen Themen und Leitsätzen der Parteipyramide. Und man wird gewählt und wird Mitglied des Parlaments. Nun, wenn man jetzt weiter fortschreiten will in die Hierarchie dieser Partei, die diese Partei leitet, und man möchte in die Regierung kommen, beziehungsweise Teil der Regierung werden, dann muss man seine Zeit damit verbringen, in der Partei abzustimmen, auf Grundlage der Dinge, die diese kleine Parteihierarchie an Grundsätzen erlässt. Man muss dafür oder dagegen abstimmen, wie es auch immer bestimmt wird von denen. Wenn man das nicht tut, dann wird man auch nicht innerhalb dieser Partei vorwärtskommen. Und nun haben wir innerhalb dieses sogenannten freien politischen Systems diese Parteieneinpeitscher. Und diese Parteieneinpeitscher sind dazu da, um diejenigen Mitglieder einer Partei zu bedrohen, zu formen und manchmal zu bestechen, die nicht mit dem Parteiendiktat mitstimmen wollen in einer Abstimmung. Sie bringen die verschiedenen abtrünnigen Parteimitglieder auf Linie, so dass diese nicht für ihre eigentlichen Überzeugungen abstimmen und für das, von dem sie fühlen, dass es richtig ist, sondern dass sie eben der Parteilinie folgen. Und genau diese Tatsache, dass eben diese Parteieneinpeitscher existieren, zeigt einem ja auch, dass die Politik mit den Dingen, an die die Menschen wirklich glauben und wofür sie stehen, eben überhaupt nichts am Hut hat. Es ist das, woran die Parteistruktur glaubt, wofür sie stimmen. Gerade eben hatten wir eine Abstimmung hier in England über die Frage, ob eine Volksabstimmung über die Europäische Union abgehalten werden soll. Und so viele Mitglieder innerhalb der konservativen Partei, also der Regierungspartei, waren in ihrem Herzen dafür, eine Volksabstimmung durchzuführen. Aber eine Menge von ihnen stimmte aufgrund des Druckes von der Parteispitze nicht für eine Volksabstimmung. Und das war ausreichend für die Regierung, um diese Abstimmung zu gewinnen. Und es ist eben so, dieses hierarchische System der Parteienpolitik und ihrer Strukturen hat niemals und zu keinem Zeitpunkt jemals das wirkliche Interesse der Menschen vertreten. Es ist so, dass jede Partei einzig und allein das Interesse der kleinen Gruppe an der Spitze dieser Parteienhierarchie vertritt. Und diese dient letztlich nur diesen übergeordneten Kräften dieses Netzwerkes, das wir oben besprochen haben. Und genau dies ist auch der Grund, dass, als David Cameron als Premierminister der konservativen Partei in Großbritannien an die Macht kam, und er hatte ja alles Mögliche versprochen in seinem Wahlkampf, was er tun wollte. Aber was sich dann herausstellte, war, dass er im Grunde genommen ein Tony Blair hoch zwei ist. Aber so wird es eben immer sein. Denn genauso wie Tony Blair repräsentiert David Cameron eben nur dieses Netzwerk an der Spitze der großen Pyramide und deren Ziele. Was wir sehen ist, dass Amerika systematisch zerstört wird. Und die Leute sagen dann, warum sollte ein Amerikaner, also wie Obama und die demokratische Partei und die Bushes und die republikanische Partei, warum sollten die Amerika zerstören wollen? Und die Antwort ist eben, weil diese Leute eben nicht Amerika repräsentieren. Das ist die Sache, die man einfach verstehen muss. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Occupy-Demonstranten dies verstehen. Was hier läuft, geht nicht aus von Repräsentanten von Amerika. Diese Leute repräsentieren dieses geheime Netzwerk, von dem ich sprach und das beide politischen Parteien in der Hand hat und ihnen die Befehle diktiert. Und dieses geheime Netzwerk möchte eben nicht, dass es Amerika gut geht, sondern es möchte, dass Amerika zerstört wird. Und das aus einem einfachen Grunde. Wenn jemand die Diktatur einer Weltregierung anstrebt, die jedes Land dieser Erde regiert, dann kann man eben keine Supermächte mehr haben. Denn diese haben ja die finanzielle und militärische Macht, diesen geheimen Netzwerken zu widerstehen. Und was also nun ganz systematisch vorgeht, und es geht vor sich seit Jahrzehnten und länger, das ist, dass man es auf die amerikanische Wirtschaft abgesehen hat, diese zu ruinieren. Und das ist der Grund, warum sich diese in einer derartig katastrophalen Unordnung befindet. Diese amerikanische Wirtschaft wird eben ganz systematisch zu dem gemacht, was sie im Moment darstellt. Warum sollten denn amerikanische Regierungen, die wirklich nur das Beste für Amerika im Sinn haben, Verhältnisse zulassen, in denen enorme Mengen an amerikanischen Arbeitsplätzen nach Plätzen wie zum Beispiel China und der dortigen Sklavenarbeit verlagert werden? Wenn es sich wirklich um eine Regierung handeln würde, die dieses Namens würdig wäre, mit einem empfindenden Herzen, dann würde man doch zuallererst sagen, wir werden niemals zulassen, dass amerikanische Arbeitsplätze uns auf diese Art und Weise weggenommen werden, denn es fügt dem amerikanischen Volk Schaden zu. Und wir werden sie uns nicht wegnehmen lassen, nur um dann Menschen in Sklavenarbeit in China und dem fernen Osten auszubeuten. Aber genau das tun sie. Auf diese Weise wurde vieles von der amerikanischen industriellen, produktiven Grundlage ganz bewusst zerstört. Und die Ironie ist nun, dass Amerika die Hand aufhält in China, damit es so weitermachen kann. Warum sollte jemand, der sich um Amerika wirklich Sorgen macht, eine solche Situation hervorrufen? Nun, eben aus diesem Grunde, weil diese Leute sich halt eben nicht um Amerika Sorgen machen. Und wenn man sich dann die finanzielle Situation anguckt, und diese im Privatbesitz befindliche FED, die von den Rothschilds kontrollierte, sogenannte amerikanische Nationalbank, mit Leuten wie Ben Benenke, dann ist es dort so, dass man von dort aus Billionen über Billionen über Billionen an Dollars an Banken ausgeschüttet hat, und zwar nicht alleine in Amerika, sondern über die ganze Welt hin. Und wo ist dieses Geld nun? Es ist verschwunden. Abracadabra. Und Amerika sitzt nun in der Patsche mit diesen irren Schulden, und das Volk soll es zurückzahlen, was ja niemals funktionieren wird, weil vorher die amerikanische Wirtschaft zusammenbrechen wird. Aber genau das soll sie ja. Warum sollte jemand, dem wirklich das amerikanische Volk am Herzen liegt, diese Irrsinnssummen nach allen Richtungen hin ausschütten, während viele Amerikaner in Zeltstätten leben? Weil dieses eben immer weiter die amerikanische Wirtschaft zerstört, und genau das will man. Oder etwas anderes. Wenn diese Menschen in den Zeltstätten leben, wenn so viele Menschen unter ganz fürchterlichen finanziellen Bedingungen leben, unglaublich, viele von ihnen haben ihre Häuser verloren. Warum sollte unter diesen Verhältnissen die amerikanische Regierung die Summe von einer Billion Dollar im Jahr, mit allen versteckten Kosten, für das Militär ausgeben, um Zivilisten zu bombardieren in allen Teilen der Welt? Warum sollte man das tun? Antwort, weil das amerikanische Militär eben nicht das amerikanische Militär ist. Es dient nicht den amerikanischen Interessen, ganz definitiv nicht, wenn mehr als eine Billion Dollar jedes Jahr dorthin geht. Es ist das Militär dieses geheimen Netzwerkes. Und dieses Militär wird eben kontrolliert durch die amerikanische Regierung, die wiederum kontrolliert wird durch dieses geheime Netzwerk. Und das ist eben der Grund, warum Bush Krieg führt, und dann kommt Obama, der sogenannte Friedenskandidat, und er führt ebenfalls Krieg im Ausland auf genau dieselbe Weise wie Bush vorher. Das, was geschieht, ist eben, dass das amerikanische Militär benutzt wird, um den Plan dieses geheimen Netzwerkes im Mittleren Osten, in Afrika und anderen Teilen der Welt durchzusetzen. Diesen Plan, den dieses geheime Netzwerk schon seit so langer Zeit verfolgt. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, zu verstehen, dass Amerika ein Einparteienstaat ist, dass Großbritannien ein Einparteienstaat ist, und so weiter, und so weiter. Und mehr noch, im Endeffekt leben wir auch global in einem Einparteienstaat. Es ist absolut lebensnotwendig, dass wir dieses verstehen, dass Politik nicht die Antwort ist, und dass die Politik in der heutigen Form niemals die Antwort sein wird. Wir müssen es tun. Wir, das Volk, müssen es tun, denn die Politiker müssen genau das Gegenteil von dem tun, was gut für die Menschen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir müssen uns über die Spidersweb globalen Konstrukt, die ich über die Glocke gesprochen habe, gerade am Anfang dieser Zeitung, wir leben, in der Fall, wenn wir zu diesem Punkt kommen, in einem globalen Einpartei, Einkabal-State. Es ist absolut wichtig, dass wir das verstehen, und wir wissen, dass Politik nicht die Antwort ist. In der heutigen Form, wird es niemals die Antwort sein, zu dem, was passiert ist. Wir müssen es tun. Wir, die Menschen, müssen es tun. Denn Politiker sind da, um das sehr opposite zu tun, was gut für die Menschen ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.